Okay, der noch. Nicht, nicht raus. Atreus, nicht raus. Boah, das war aber mehr als knapp. Wow. Glück gehabt, ey. Wirklich glück gehabt. Kannst du so etwas töten? Und damit wieder ein rechtherzliches Bekommen hier zurück zu einer weiteren Folge God of War. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Denn wir haben noch ein paar Prüfungen vor uns. Ich weiß gar nicht, die erste hatten wir schon erledigt. Genau, das heißt noch fünf weitere. Fünf mal zwei, glaube ich. Das machen wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Parts. Oder in der nächsten Zeit noch. Einfach nur, um zu gucken, was da noch so kommt. Und danach müssten wir, ich glaube, die Balkürenkönigin besiegen. Und dann sind wir im Prinzip wirklich am Ende. So, jetzt erstmal der Plan. Gut. Legen wir direkt los. Ist schon ein bisschen her. Die letzten Folgen sind leider ja ausgefahren. Ich habe es einfach wieder mal nicht geschafft. Naja. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Kann also durchaus sein, dass wir jetzt verkacken. Gesammelte Schlüssel. Zwei von drei. Das stimmt. Proben für die Hauptprüfung, ne? Na gut. Wir machen erstmal weiter. Prüfung drei. Unmöglich. Töten Sie Gegner, wenn diese innerhalb der Goldringe sind. Oh nee. Das war auch kacke. Na gut. Gegner innerhalb der Goldringe hier. Das war schon mal Nummer eins. Ja, den hätte ich da nicht killen sollen. Mist. Ah, ich muss erstmal wieder reinkommen. Okay. Okay. Drei haben wir. Komm her. Ja, komm. Nein, der ist rausgesprungen mit. Oh, wie er immer raus springt. Aber hat noch gezählt. Okay. Er noch. Okay. Das war gut. Das war gut. Nein. Das wollte ich nicht. Mist. Ja, ja. Es kommen ja ganz viele. Ah, die sind scheiß Kreise, ne? Die Nerven. Wir müssen hier erstmal anschlagen und dann hier drinnen an das zu töten. Komm her. Ich hab nicht gezählt. Okay, der ist fast down. Jetzt. Sehr gut. Sehr schön. Okay, wie viel werden kommen denn noch? Mehr zu deiner Link. Wir müssen mal da auch so ein dickes Vieh drin erlegen. Ich hör doch schon unser dickes. Ach, so scheiße. Nein. Aha. Wieder die falsche Taste. Oh, hi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Der Große hat nicht gezählt? Was? Da kommt schon. Da kommt noch so ein dicker. Ich weiß nicht ob wir das schaffen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es wird echt schwierig. Ich weiß nicht. 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 Aber ich weiß nicht, wie der Mensch gibt. Oh, hat er den wieder weggeworfen? Ach, scheiße. Okay, der noch. Nicht, nicht raus. Atreus nicht raus. Oh, das war aber mehr als knapp. Wow. Oh, Glück gehabt, ey. Wirklich Glück gehabt. Schwierende Glut und noch ein Schlüssel. Sehr schön. Okay. Na dann. Eins schaffen wir, glaube ich, noch. In diesem Video. Machen wir weiter. Ja, wir müssen da jetzt halt auch immer wieder hinlaufen. Ist natürlich ein bisschen nervig. Ja, wir könnten porten, aber das hat beim letzten Mal auch irgendwie nicht funktioniert, weil er mich dann doch irgendwie wieder davor rausgeschmissen hat. Ach, egal. Wir laufen einfach hin. Dann sollte das eigentlich passen. Genau. Okay. Legen wir direkt los. Gegner regenerieren, schnell Gesundheit. Auch das sollten wir aber hinkriegen. Oh, du meinst den Jungen. Klar! Du warst, was auch. Oh. Ich gebe mal der erste. Ja. 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 Was ist das? Wir müssten sie eigentlich auch nur erschöpfen, dann müsste das eigentlich auch hinlaufen, so wie er jetzt hier. Aber wie viel denn noch? Warum konnte ich den jetzt? Oh, jetzt aber. No, hat nicht gereicht. Doch. Noch mehr Draugat! Weißt du? Weißt du? Weißt du? Back. ok sehr gut noch was einer ist da glaube ich noch oder doch wieder Sehr gut Wie der überhaupt keine Erschöpfung aufbaut Wie der überhaupt keine Erschöpfung aufbaut Wie der überhaupt keine Erschöpfung aufbaut Und jetzt. Und tschüss. Immer noch nicht zu Ende. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Boah, ist das nicht auf, oder? Boah, jetzt wird's langsam nervig. Alter, was ein Effektgewitter, ne? Alles klar. Ich fahrt einfach nicht. Dunkelheit. jetzt es war kein glück das war können sehr gut ging jetzt trotzdem ein schlüssel das wäre schon eine gute frage kein schlüssel vielleicht kriegen wir auch einfach insgesamt keine schlüssel mehr na gut meine lieben freunde dann haben wir das schon mal erledigt hat ist leider schon wieder vorbei nächsten machen wir dann hier weiter dann bleibt mir erst mal an dieser stelle nichts weiter zu sagen als rechter besten dank fürs zuschauen ich wünsche euch noch einen wunderhübschen tag die abstimmung läuft aktuell auch immer noch also da könnt ihr noch mal reinschauen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns im nächsten part von god of war oder einem anderen video wieder vielen dank haut da rein